Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns einmal an, wie die Beurteilung in Erdkunde funktioniert. Und dabei versuchen wir euch natürlich zu vermitteln, wie ihr eine ideale Erörterung startet, wie das idealerweise abläuft und natürlich auch, welche Besonderheiten bzw. welche Tipps wir euch da geben können. Und grundsätzlich gilt wie immer, wir haben ein Buch zur Klausur in Erdkunde verfasst. Falls es euch interessiert, dann könnt ihr da gerne mal reingucken. Und das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Das Buch zur Klausur jetzt in der Videobeschreibung. Viele weitere Videos und Bücher, die ihr natürlich für die Vorbereitung im Erdkunde-Grundkurs LK braucht, haben wir auch in unserem Kanal verlinkt. Schaut da gerne rein und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Und wir fragen uns ja heute, wie verfasse ich eine ideale Erörterung? Grundsätzlich ist es so, dass bei der idealen Erörterung von euch gefordert wird, dass ihr eine Beurteilung bzw. Erörterung eines bestimmten Konzeptes von dem vorgestellten Materialien, in eurer Erdkundeklausur darstellen müsst. Das heißt, letztendlich habt ihr ja ein gewisses Konzept vorliegen, das in den Materialien hervorgeht. Ihr habt ja zuvor bereits eine Materialanalyse durchgeführt. Und dann müsst ihr entsprechend eine Erörterung oder eine Beurteilung über das jeweilige Material abgeben. Und eine Aufgabenstellung könnte wie folgt lauten. Beurteilen Sie das Konzept X unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Ganz häufig wird nämlich hier tatsächlich gefragt, was ist unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit bzw. ganz wichtig, unter den Aspekten der Nachhaltigkeit. Denn man unterscheidet ja zwischen drei verschiedenen Aspekten. Und da kommen wir auch schon direkt zum ersten Punkt. Letztendlich findet hier eine Differenzierung zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Beurteilungsaspekten statt. Ihr werdet also eine Beurteilung schreiben, die entsprechend Kriterien geleitet bzw. Aspekt geleitet ist. Ihr sollt also nicht einfach nur Vor- und Nachteile von bestimmten Konzepten darstellen und diese dann entsprechend beurteilen. Nein, von euch wird gefordert, dass ihr das Ganze in Beziehung setzt und dann entsprechend auch darstellt. Ganz wichtig ist dabei, dass die Aspekte, die wir hier einmal darstellen werden, von uns nochmal extra erläutert wurden. Das heißt, wir haben nochmal separate Videos gemacht, die diese verschiedenen Konzepte und Dimensionen der Nachhaltigkeit letztendlich darstellen. Falls euch das interessiert, guckt da gerne einfach mal in die Infokarte rein. Da haben wir euch das auf jeden Fall nochmal verlinkt. Und grundsätzlich haben wir bei den ökonomischen Aspekten natürlich wirtschaftliche Interessen, bei den sozialen Aspekten eher gesellschaftliche Interessen und bei den ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten haben wir dann tatsächlich die Umweltaspekte, die hier vor allen Dingen in den Vordergrund drehen. Aber wie gesagt, guckt euch das nochmal separat an, falls ihr da noch euch informieren müsst. Außerdem ist es wichtig, dass die Darstellung der einzelnen Aspekten immer mit positiv sowie negativen Aspekten bzw. Beispielen belegt werden müsst. Dementsprechend bei einer Erörterung, aber auch bei einer Beurteilung geht es hier darum, dass ihr positive sowie negative Seiten aufzeilt. Das heißt, wir hatten es gerade schon einmal angesprochen, dass ihr stets Vor- und Nachteile belegt und diese entsprechend dann auch klar erläutern könnt. Und hier ist es tatsächlich wichtig, dass ihr das immer sehr genau und strukturiert wiedergeben könnt. Versucht da lieber, einen Aspekt weniger darzustellen bzw. ein Beispiel weniger darzustellen, anstatt dass ihr nicht so ausführlich vorgeht. Es muss klar werden, dass ihr ein Wissen über die entsprechenden Aspekte dieser Beurteilung habt und über die entsprechenden Beispiele, die ihr anbringt. Wenn das nicht klar wird, dann ist das praktisch wertlos, was ihr da schreibt. Dementsprechend versucht es ausführlich zu behandeln und entsprechend auch klar differenziert darzustellen. Nutzt dazu die Materialien. Ihr bekommt Materialien gegeben. In Erdkunde habt ihr ja typischerweise so einen ganzen Haufen an Materialien, der euch vorgelegt wird. Typischerweise ist ja nicht klar, welche Materialien da konkret für was genutzt werden sollen. Und dementsprechend versucht, möglichst Materialien einzubringen. Das muss natürlich immer korrekt zitiert werden. Das ist ganz wichtig. Aber wenn ihr das dann einbringt und nutzt, dann ist es tatsächlich so, dass eine Erörterung relativ schnell sehr viele gute, valide Punkte bekommt, sehr gut begründet ist und dementsprechend auch sehr valide erscheint, sehr kredibel erscheint und dementsprechend von dem Lehrer oder von den Lehrerinnen dann auch entsprechend bewertet wird. Außerdem ist es so, dass die Darstellung der eigenen Meinung natürlich stets unter Berücksichtigung der zuvorigen Ergebnisse stattfinden muss. Das heißt, ihr sollt am Ende der Erörterung nochmal alles zusammenfassen bzw. ein Fazit letztendlich ermöglichen, wo ihr dann auch eure eigene Meinung einbringen könnt. Dabei versucht zu verzichten auf das, ihr bestimmte Personalpronomen nutzt. Und diese Darstellung sollte dann unter Berücksichtigung der zuvorigen Ergebnisse stattfinden. Das heißt, auch hier solltet ihr wieder, wie bereits erwähnt, entsprechende ökonomische, soziale und ökologische Beurteilungsaspekte einbringen. Genauso solltet ihr aber auch auf positive sowie negative Aspekte eingehen, eventuell darstellen, welche Gewichtung vorgenommen werden kann. Das heißt, hier könnt ihr auch gewichten, welche Aspekte für euch bei dem konkreten Thema wichtiger erscheinen. Das muss aber immer begründet sein. Dementsprechend lasst euch davon nicht blenden. Das ist durchaus noch ein relativ großer Teil der Aufgabenstellung. Hier muss tatsächlich noch relativ viel stattfinden. Aber nichtsdestotrotz ist das hier eigentlich eine schöne Zusammenfassung, die relativ einfach unter einer entsprechenden Gewichtung mit positiven und negativen Aspekten stattfinden kann. Kommen wir jetzt noch zu ein paar Besonderheiten bzw. Tipps und Tricks, die wir euch geben können. Grundsätzlich ist wichtig, dass ihr eine Erkenntnis über entsprechende Operatoren habt. Sprecht das vorher mit eurem Lehrer oder eurer Lehrerin. Typischerweise wird in Erdkunden eine Erörterung gefordert. Das heißt, ihr sollt erörtern, inwiefern bestimmte Themen, bestimmte Konzepte hier negative sowie positive Beispiele haben. Und dann abschließend sollt ihr das Ganze nochmal kurz balanciert gewichten, je nach Aspekten. Es kann aber auch sein, dass ihr eine reine Beurteilung schreiben sollt. Das heißt, dass ihr auf eine Seite euch schlagen sollt und nur positive oder nur negative Aspekte darstellen sollt. Das ist aber eher untypisch. Dementsprechend versucht das vorher mit eurem Lehrer abzusprechen, was da wahrscheinlicher ist bzw. was er da fordern wird, wenn die entsprechenden Operatoren sind. Das hängt teilweise von Lehrer oder Lehrerin ab. Wichtig ist auch, dass ihr durchaus auch neue Theorien nutzen könnt. Das heißt, ihr müsst nicht nur das Material verwenden. Nein, ihr habt auch die Möglichkeit, durchaus neue Theorien einzubringen, neues Wissen einzubringen, auch neue Beispiele einzubringen. Dabei müssen diese aber durchaus fachlich kredibel sein. Das heißt, ihr müsst auch hier ein Fachwissen drüber haben. Es ist so, dass Lehrer und Lehrerinnen sich natürlich darüber freuen, wenn ihr euch auch im privaten Bereich intensiv mit ihrem Fach auseinandersetzt. Aber es ist dabei ganz wichtig, dass ihr letztendlich hier dann auf jeden Fall Fachwissen nutzt, damit nicht der Eindruck entsteht, dass ihr kein Wissen habt bzw. dass das Wissen, was ihr habt, so löchtrig ist, dass ihr eben entsprechend auf irgendwelche Alltagsbeispiele zurückgreifen sollt oder müsst. Das soll auf jeden Fall nicht stattfinden. Versucht, Theorien zu nutzen, wenn ihr neues Wissen habt. Und ansonsten beruht euch da ganz ausschließlich auf dem Fachwissen, was ihr aus dem Unterricht oder aus den Materialien kennt. Und dann sollte das idealerweise auch gut funktionieren. Außerdem ganz wichtig, stellt Verweise zu Materialien her. Ihr sollt auch in der dritten Aufgabe, also in einer Erörterung oder Beurteilung, unbedingt Materialien nutzen, die zuvor auch bereits schon analysiert wurden, bereits schon für die Lokalisation genutzt wurden. Das alles könnt ihr verwenden und das muss dann aber entsprechend auch gekennzeichnet werden. Ihr solltet da immer dann einen Vergleiche oder siehe zu den jeweiligen Materialien hin andeuten. Wenn ihr jetzt Zitate macht, müsst ihr das natürlich dann auch zeilengenau belegen. Und damit soll es das auch gewesen sein von diesem Video rund um die Beurteilung in Erdkunde beziehungsweise der idealen Erörterung hier im Fach Geografie Erdkunde. Und wichtig war dabei, dass ihr letztendlich eine Differenzierung zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekten vornehmt, diese einzelnen Aspekte darstellt mit positiven sowie negativen Beispielen und dafür natürlich auch Materialien nutzt und entsprechend auch neue Theorien, neues Wissen, neue Beispiele anführen könnt. Aber das natürlich immer fachlich begründet sein muss. Abschließend solltet ihr eure eigene Meinung darstellen und dabei natürlich die Berücksichtigung zu voriger Materialien, Ergebnisse natürlich durchaus vornehmen. Und damit soll es das gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten könnt ihr unseren Kanal gerne auch abonnieren und könnt gerne in das Video beziehungsweise in das Buch zur Klausur in Erdkunde in der Videobeschreibung einmal reinschauen. Falls es euch interessiert, erster Link in der Videobeschreibung. Sowohl die einzelnen Klausuren werden da super erklärt, die Klausuraufgaben werden da erklärt, als auch natürlich die verschiedenen Themen anhand von Beispielen nochmal grundlegend dargestellt. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Insbesondere in der Vorbereitung aufs Abitur ist das sicherlich sehr hilfreich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Haut rein und ciao.